Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei der Affenbande von den Neon Green Monkeys bei Last Tide mit dem guten alten Papillon. Hallo. Und mir, dem guten alten Smitty und natürlich hier dem Koboldei, der draußen mal durchs Fenster reinguckt und mich verdammt auch noch mal holen will. Aber danke. Dafür ist er da, der Papillon. Hallo. Hallo. Da ist der tote Kobold. Koboldei. Guck mal, jetzt haben sie es gefixt. Wollte schon sagen, jetzt liegt er hier. Jetzt haben sie es gefixt mit dem Gebiss, dass das gerade im Maul sitzt. Aber war doch nicht so. Er ist verschwunden. Achso. So. Wollen wir hin. Ich habe einen Kompass. Ja, wo es gutes Loot gibt, ne? Wir haben noch 15 Minuten. Es ist sicher vor Posten. Ja, das ist sicher vor Posten. 15 Minuten fängt Battle Royale an. Ja, und wir wissen ja jetzt, wo es den Megalon gibt. Richtig. So weiter vom östlichen Vorpost. Hier ist er. Da ist es. Da ist es. Hier müssen wir lang. Richtung Norden. Ich folge dir. Ich habe eine Harpune und nix in der Pistole, ne? Also, ich mache mal das Opfer und gehe auf Ablenkung. Warum müssen wir Richtung Norden schwimmen? Ich weiß nicht. Wir sind doch irgendwo, keine Ahnung, wo wir sind. Aber Markierungen hast gesetzt, oder was? Ja. Auf geht das lustige Tauchen und ich habe nur noch zwei Schüsse. Ich habe nichts. Ich kann höchstens zuhauen. Ich weiß, wer nicht könnte. Kann nicht, aber nicht. Der Klassiker. Da bleibt nur eins. Das gute alte Messer raus. Das gute alte. Ach ja, und erzähl mal, was gibt es so Neues? Boah, nichts Besonderes, ne? Na, seit der letzten Folge. Oh, aber den haben wir auch noch nicht gefunden, hier, diesen schiefen Turm von... In Turm hier, ne? Was auch immer, ne. Ist aber auch nichts drin, irgendwie. Ne, ich bin noch tiefer geschwommen, da ist echt nichts drin. Aber doch, ne MP, aber ohne Munition. Besser als nix. Wo bist du? Bist du das da unten? Ja, das bin ich. Ach ja. Ehrlich. Ne, gibt nix. Bei dir? Ach, immer, immer dasselbe, immer dasselbe. Immer dasselbe. Was heißt? Was weißt du da? Du musst deine 13 Kinder annähern. Deine annähernd 13 Kinder. Ich wollte schon sagen, bitte annähernd 13, ja. Ja. Die Lache war eben schäbig. Das kommt aber auch nur, weil ich ein bisschen erkennig bin, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Und da finde ich wieder, ich hab nur Stahlpfeile. Wo bist du denn? Hinter dir. Ich hoffe, das bist du auch. Was kommt da hinter dir? Das ist, äh, mein Schatten. Oh. Ach so, Stahlpfeile? Hast du? Ich hab jetzt, äh, hinter dir liegt was Gutes. Willst du das haben? Was ist das? Mini-Raketen. Oh, ne. Gewerben für Mini-Raketen. Gib mir lieber ein paar Stahlpfeile. Weißt du was? Machen wir's so. Ich bin ja nicht so. Haha, der Feiner, ja. Ich hab trotzdem keine Stahlpfeile, danke. Nämlich, nämlich das Gewehr mit Mini-Raketen. Ah, 150 Stahlpfeile, das wollte ich doch sehen. Und da vorne liegen doch noch welche. Ja, hab ich auch grad gesehen. Haben wir doch schon dickes Loot wieder. Geht doch schon wieder ganz gut los, ja. Sind wir doch schon Stahlpfeile. Hier ist auf jeden Fall die praktische Ergriffe und so. Ja, hab ich schon gleich in die Tasche gesteckt. Da kann ich nix. Ach ja, da muss ich mal husten. Was? Unter Wasser kann man gar nicht husten. Ja, stimmt. Blub, 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 blub. Ach ja. Und wir wollen immer noch zum restlichen Vorkosten. Ja, hier ist eine Tauchkapsel voll zwang. Oh, was ist das für einer? Einen Schuss. Der Klassiker. Und ich glaub, wir sind schon da beim Vorkosten, ne? Ja, sieht so aus. Und ich sehe hier einen guten Pott-Token. Sehr gut, ich hab eigentlich mal ein Medikator. Den wir ja schon schätzen gelernt haben, ne? Oh ja, wir haben schon mal schätzen gelernt. Komm ich hier rein ins Schiff, durchs Fenster, oder bin ich zu dick dafür? Ach, fürs Fenster bin ich wohl zu dick. Oh, ich hörte schon wieder jemanden. Wer schießt? Ja, ich auch. Auf wen schießt denn? Auf mich? Hat er auch dich geschwommen? Ich weiß es nicht, ich bin ja die ganze Zeit immer so blöde vorm Fenster rumgeschwommen. Ne, scheint nicht auf mich zu sein. Aber ich hab hier Gesellschaft. Das war doch ein bisschen weiter weg, meine ich. Marco heilt. Das ist schon ein bisschen näher gewesen. Das war ja auch ich. Achso, auf den Hai oder was? Ja. Hier komm ich rein. Oh, ich hab nen Token. Hast du auch einen? Ja, ich hab auch einen. Hast du wieder geschossen? Ne, wissen wir nicht. Ich hab jetzt auch nen Kompass. Und dann ist das verdammt nah. Ich bin jetzt unten im Schiff auf der Burke, ne? Hier sind Mini-Raketen. Ja. Oh, richtig cool. Wo? Oben? Ne, ja da wo die Steuer, die Burke ist. Ja hier, da. Das bin ich. Hier von hinten. Hallo? Wo bist du? Achso, er wolltest erstmal nen anderen Loop. Na klar. Das sind doch die Mini-Raketen. Warum sagst du das? Das ist nicht gleich. Klassiker. Das weiß ich auch nicht. Oh, Schatz. N Schatz. N Schatz hab ich hier irgendwo gesehen. Ich hör hier andauernd Schüsse. Ja, ich auch. Das macht mir mehr Angst. Aber wo Richtung Norden, muss das sein? Das wird's aber schon wieder schweine dunkel, ey. Wollen wir hin oder was? Bist du draußen später? Warum bin ich hier drin? Wir sind hier gerade echt nah über unsere Brücke geschwungen. Alter, der ist reingeschwungen. Ja, ich seh's gerade. Ich guck gerade um die Ecke, da guckt er mich an. Ehrlich? Kommt da die Hai um? Der ist an mir vorbeigeschwommen. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Kommt der Hai um die Ecke durch die Tür, da kriegst du einen zu viel. Kommt ein Hai durch die Tür. Ja, dann lass mal voran. Oh, Vorsicht. Lieber dir. Das gibt's nicht. Was ballerst du auch mit den Leuchtgeschossen hier rum? Vorsicht. Ah. Warum holen die denn nur mich weg heute? Hier ganz in der Nähe ist einer. Der schießt. Ich weiß aber nicht wo. Wirklich ganz in der Nähe. Ja, deswegen die Leuchtgeschosse. Guck mal, wie schön das aussieht. Hinter uns ein gelber. Sieht ja schön aus. Hinter uns ist ein gelber Leichensack. Und die Schüsse sind direkt vor mir. Der muss hier ganz in der Nähe sein. Da ist er. Ah. Unten. Wer schießt denn da eben auf mich? Das sag ich. Entschuldigung. Ah, er hat mich gleich. Ich hab ihn außer Gefecht gesetzt. Warte. Eine Futterpatrone. Beeil dich. Hab keine mehr. Entschuldigung. Die 113 Punkte musste ich mir holen. Ich hab meine Kills wieder klaust. Ja, sagt der Richtige. Entschuldigung, dass ich auf dich geschossen habe. Wer mich halt fühlt hat. Ja, das war keine Absicht. Ich hab nur einen richtig schnell in mir vorbeischwimmen sehen und dachte, du bist noch hinter mir. Und mit einmal dachte ich mir, oh verdammt, das bist ja du. Hast du ihn leer gelootet, ja? Er hatte ja nichts. So. Da vorne ist noch so ein Säckchen, lass mal hin. Hier links ist noch ein Säckchen, zu dem schwimm ich mal hin. Hier sind überall Säckchen. Sind hier am Massensterben hier oder was? Oh, bitte? Am Massensterben hier oder was? Ja, die haben sich alle gegenseitig. Oh, die 39 Stahlpfeile nehme ich mit. So, wir wollten immer noch zum... Du Olla. Iiih, hast du schon wieder ins Wasser gemacht. So. So, wo ist denn eigentlich Steve? Wir müssen eh wieder woanders hin. Nein, wohin müssen wir denn? Nordöstlich. Na komm, da können wir aber das hier nochmal mit dem hier. Da ist ein Tauch... Achso, das bist du. Hinter mir schießt doch einer. Ich höre auch die Schüsse. Aber das haben sie schon mal geil gemacht. Das ist neu. Dass die Haie durch die Tür schwimmen, ne? Ja, das ist schon mal... Also, wenn das eine Verbesserung war, weil vorher habe ich es ja nicht gesehen, dann... Wo bist du hin? Unten, oben, links, rechts? Ich... Zur Kuppel schwimme ich gerade. Ich habe einen Marco angepringt. Ich bin da. Okay. Siehst du mich bei der Kuppel? Jo, ja, ich bin hinter dir. Aber wir sind jetzt doch im östlichen Vorposten. Wir picksten da schon wieder an. Ja, ich muss ja auch meine Haie töten, um auf mein Ziel zu kommen. Stimmt wohl. Als bin ich auch noch erst, das heißt, werde ich ja wieder über lange zeichnet. Man hat es schon nicht leicht. Also, mach ich mal schön die Türen zu. Nicht, dass die Haie reinkommen. Ja, jetzt hast du Angst, ne? Jetzt habe ich definitiv, äh... Die öffnen noch die Türen, nennen dich beim Namen. Soll man das Medi-Gas liegen lassen? Hast du eigentlich Luft? Ja, eine Luft habe ich. Du auch? Oh, weiß ich nicht. Achso, dann hast du wohl eine. Ja, habe eine. Aber ich nehme jetzt erst mal mein ganzes Medi-Gas. Hi. Oh, jetzt sind die hier sogar im Gebäude, ey. Das war vorher nicht so, ne? Nee, da warst du eigentlich in den Gebäuden, warst du sicher. Halbwegs sicher. Halbwegs sicher, da bist du an die... Außer, dass sie mal durch einen Bug oder so rausgezogen haben, durch eine Wand oder so. Aber das... Jetzt schwimmen sie schon durch. Jetzt schwimmen sie schon durch. Vielleicht haben sie es schon verbessert. Naja, haben jetzt auch zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ungefähr. Wer weiß. Habe es aber auch nicht drauf geachtet, ob es ein größeres Update gab. Du wackelst so komisch rum mit deiner Waffe. Bist du noch drin? Ja, ich nehme gerade Medi-Gas. Achso, vielleicht liegt es daran. Du zitterst so. Aber Medi-Gas bringt irgendwie nicht viel. Ne, aber das dauert ein bisschen, ne? Du kriegst erst das Gas und dann dauert es ein bisschen. Wechsel mal bitte die Waffe kurz. Hast du? Bei mir bist du am Zittern mit deinen Händen. Das glaubst du gar nicht. Ach. Jetzt geht es auch, Gott sei Dank. Ja, Medi-Gas kriegt ja nach und nach erst das Gas dazu, ne? Und halt dich hoch. Ja. So, wohin des Weges? Richtung Steve. Wir müssen Nord-Ost 25 Grad etwa einschlagen. 2,50 fällt das Highschild. Wir haben also noch genügend Zeit. Also wir können hier ruhig noch ein bisschen rumloopen. Aber so weit weg waren wir nicht. Würde ich auch mal sagen, hier bisschen. Bisschen gut. Oh, ich habe noch einen Pot-Token. Oder auch nicht. Wenn du ihn vor nimmst. Du hast ihn noch genommen. Ne, ich habe ihn gar nicht genommen. Dafür nehme ich die Druckluftflasche. Apropos. Oh, hier. Hier hinten. Druckluft. Ja, ja, habe ich schon. Auch nehmen? Guck mal, da hast du noch ein Viertel. Wow, wow. Wo denn, wo denn, wo denn? Ich werde von da unten beschossen. Und da links ist auch einer. Jo. Ist er tot? Ist er tot? Ja, er ist tot. Ja, oder was denn? Oh, das war knapp. Ich loote mal den Chris. Jo, ich nehme ihn hier unten. Ja, und es geht schon wieder los. Das Gemetzel. Wie ihr gehört habt und gesehen habt. Gönn mir mal schnell Medi Gas. Ja, und ich schwimme mal hier rein und schwimme zu diesem nächsten Wurm. Jeder Hai stellt jetzt eine Gefahr da. Ja, weil die Viecher können ja auch durchschwimmen. Oh, Schüsse ganz nah. Ja, ja, ich höre sie. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin aber auch halb down. Ich muss mir schnell ein Pflaster gönnen. Nicht das. Du, dass der da kommt? Ich, nee, ich bin hier unter der Brücke. Ich komme nicht. Du hast gerade eine Tür aufgemacht, nehme ich an. Ja. Ich bin ganz in der Nähe davon, aber, ähm. Ich. Und bin ich das vielleicht unter dem Rohr, da bin ich das wohl. Ich wusste das nicht, wo du genau bist. Ich bin da drin in diesem... Ja, okay, ich bin genau drunter, ne? Ah! Also wirst du jetzt stabiliert. Jo. Wenn ich das richtig höre. Man hört nur Ram, 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 Ram. Erstmal schnell rein hier in die Bude. Vorsicht, ich stehe da, ne? Nicht, dass du mich über den Aufschieß. Ich bin erstmal drin jetzt. Du bist ja schon wieder ein Pflaster gönnen. So ein Mist, ey. Ja, aber hier sind viele Pflaster-Kids, ne? So ist es nicht. Du das? Ja, das bin ich. Kann ich gar nicht schließen. Naja. Das ist ganz nah. Der ist draußen, der ist daheim. Der ist jeden draußen. Der denkt auch, shit. Wo kam das denn vor allen Dingen her? Hast du da noch Medikids übergelassen oder hast die alle genommen? Die hab ich soweit alle einverleibt. So, weil du sagst mir, hier sind aber Medikids. Und hat der was? Stahlpfeile. Hm, das ist die übliche. Wollen wir da oben rein? Ja, lass mal hier nur die Bude noch rein. Oh, oh. Oh, mich wundert, dass dieses... Er kommt, er kommt, er kommt. Ne, doch nicht. Doch, jetzt kommt er. Zu dir oder zu dir? Zu dir. Ja, hab ihn. Früher war das mal Tiger-Hai-Gebiet hier, ne? Ich kann es dir nicht mal genau sagen. Da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus. Oh, schöne Sachen hier. Hast du, wie viele Druckdorflaschen hast du? Ich hab noch welche. Dann nehm ich die hier. Hier sind noch... Leg mal die ab. Mini-Raketen hier, ne? Ja, muss ich unbedingt nehmen. Wollte ich schon wieder einen Haiderin, aber er ist gerade rausgeschwommen. Wo sind die Mini? Äh, hier haben wir, wenn du reinkommst, vorne. Mal reinkommen, vorne. Bist du noch zu weit, bist du noch zu weit im Regal gleich, rechts von dir. Alter. Hier oben ist auch noch welche. Bei mir, hier. Aber ich nehm noch mal ne Luftflasche. Kann ja nie schaden. Ja, wollen wir uns denn... ...auf dem Weg machen? Warte, lass uns erst mal... Ne, wir haben noch 30 Sekunden, oder? Ist das Heischel überhaupt schon gefallen? Ja, ja, ist schon. Wir haben es doch gar nicht mitgekriegt. Wo sind wir denn? Erstliche Vorpost, denn... Ah, wir sind drin im Gebiet. Wir haben noch Zeit. Wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Wir können uns aber auch Richtung... Hast du noch irgendein Visier oder so? Ne, leider gar nix. Äh, der Megalodon ist hier, ne? Wie? Guck mal auf der Karte. Ja, los, raus. Also irgendwo hier. Irgendwo hier ist er. Östlicher Vorposten. Oh, oh. Wo ist er? Wollen wir hier ein bisschen so rumgucken? Ein bisschen südlich müssten wir schwimmen. 162 Grad. Ich habe Angst. Mhm. Ich habe wirklich Angst. Jetzt verzieht er sich langsam, wieder. Sorry. Lohnt es sich nicht. Ne, jetzt ist er wieder weg. Ich bin gerade in Richtung Stevie. Ja, lass uns zum Schiffsunfall. Da können wir auch noch ein bisschen looten. Na gut. So, nördöstlich. 35 Grad. Ja, so, so ist das. Hast du geschossen? Nein. Was ist denn hier der Erste? Der zieht die ganzen Taucher an. Ja. Wir wollen noch ein bisschen was zu tun haben. Wir haben ein bisschen Action, oder nicht? Oh, wir werden beschossen. Das warst doch du. Nein. Das war nur ein Schuss, und der ging so weit daneben. Natürlich warst du das. Nein. Das erkenne ich an deinem Nein. Ich höre doch dein Griemen. Ja, ganz genau. Da höre ich dich doch griemen in der Stimme. Ja. Ich glaube, wir werden beschossen. Das glaubst auch nur du. Das ist noch ein Pop-Token. Jetzt sind wir beschossen. Alter. Komm schnell rein. Was denn? Mach nochmal sowas. Und nächstes Mal lande ich. Da kriegst du ein paar Hatter gedrückt. Und dann liegst du da. Und dann jaulst du rum. Den jaulig rum, sagst du. Habt ihr das gehört? Wie findet ihr das? Hier nimm mal für mich diese Stahlpfeile. Das sind Mini-Raketen. Ja, oder das. Den jaulst du da rum, sagst du. Ja, ich kenne dich doch. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Sehen Schuss und säen auf und zu schwimmen. Ganz froh sein, dass ich nicht geschossen habe. Und dann jaulst du da rum. Und was für ein Ton er das aufsagt. Ey, er sammelt. Wenn du da so drei Minuten vorstehst und sie nicht mitnimmst. Und wenn in Notfall gebe ich dir doch eine, Mensch. Ja. Natürlich, wir sind die letzten zwei. Es sei denn, wir sind die. Was der wieder für Anspielungen macht. Dann musst du gucken, wie du klargabst. Nein. Dann drücke ich dir einen. Dann drücke ich dir fünf. Da vorne ist der Schiffsunfall. Wo ist so viel Munition, oder? Da kann ich Leute mal anlocken. Ja, über 400 Schuss. So will ich auch mal gehen. Ach ja. 17 Leute nur noch. Jo. Bist du nach unten? Was unten? Ob du nach unten geschwommen bist? Ich bin schon hier vorne, ja. Beim Schiff. Ja, das ist nicht unten, aber gut. Ja, hier oben mal auf. Wow, ich werde beschossen. Ich komme. Ich bin jetzt hier am Schiffsrand. Und schwimme nach hinten. Oh, da werde ich beschossen. Wieder. Da siehst du die Schüsse. Tja, mein Freund. Da kommt ein Chorol-Teil ein. Da haben wir doch wohl nicht gerechnet. Dass da noch einer auftaucht, der auf ihn schießt. Mal gut. Mal gut, dass da noch einer auftaucht, der auf ihn schießt. Ja. Dann wäre ich jetzt am Arsch. Vielleicht. Vielleicht, mal weiß ich nicht. Oder vielleicht. Ach, warum nehme ich denn die ganze Zeit nicht die Weste mit? Bin ich bescheuert, ey. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit eine Weste in der Tasche. Dabei habe ich ja keine. Und was gibt es hier? Oh, die Wunder kommt hierher. Ja, da brauchen wir nicht mal was machen. Super. Ich dachte, wir können ja noch ein bisschen rumgucken. Naja, dann lassen wir ein bisschen rumschwimmen. Und es ist ja auch langweilig. Ich komme mit meinem Flaschen Medigas. Puh, der feine her. Warte, wenn Steve gleich kommen, können wir nicht mal ein paar. Oder wollen wir mal nach Steve's, wenn ich will, mein Schatz. Ja, ich auch. Die Idee hatte ich auch gerade. Wo ist der denn? Was ist der denn markiert? Hab ich. Ja, nördlich direkt. Da müsste ja irgendwo rumgehen. Wollen wir nicht sehen bei den Litschen. Meinst du, die Mine explodieren, wenn wir draufschießen? Boom. Wohl nicht. Oder unten ist ein Leichensack? Ja, das war bestimmt eben der, den wir weggeholt haben. Rechts von uns sind Schüsse. Und geradeaus oben ist Steve. Ja, ich schwimm mal hin. Katsching. Katsching, so sieht es nämlich aus. Katsching, baby. Wohin? Wollen wir jetzt um das Schiff hier? Nochmal kurz gucken. Ja. 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 Soll ich mal wieder welche anlocken? Ja, lock doch mal wieder mit an. Kommt keiner. Kommt keiner. Gib dir ein paar Minuten. Dann kommen sie. Ein Zwölfer-Team. Ja, ist ungünstig. Bist du immer noch am Schiff drin? Ja, ja. Ich bin da unten drin. Ich gucke gerade auf der Karte. Ja, beim östlichen Vorposten schwimmt der Megal in der Nähe immer noch rum. Wo bist du? Du bist da ganz offensichtlich da oben, ne? Schüsse? Da gerade. Da kommt einer. Hab ihn. Er hat mich außer Gefecht gesetzt. Ehrlich. Dich auch, oder was? Er hat mich außer Gefecht gesetzt. Ich hab den. Dass der dich außer Gefecht setzen kann. Ich hab gerade aber auf dich fixiert. Deswegen hab ich jetzt auch gedacht, ganz locker und easy das Ganze. Na, das find ich aber merkwürdig. Ich auch. Wo bist du? Unter dir am Schiff, immer noch. Jetzt hab ich ja auch nur noch knapp die Hälfte gesündert. Du brauchst einen Medi-Kit. Ich hab gerade einen Medi-Gas genommen, das letzte und einen Medi-Kit. Es baut sich langsam mal wieder auf. Aber es dauert natürlich ein Tickchen. Irgendwann ist das so weit, Ease. Verständlich. Brauchst du deine Granaten, die ich für dich eingesteckt habe? Für die Granaten? Ich hab doch 15 Mal Raketen für dich mitgenommen. Ja. Ja. Ich mein. Ich höre doch da jemanden. Ich auch. Nein, dann lass mal nach Steve langsam. Jo, Heyschle fällt jetzt auf. Von der rechten Seite, ne? Ja. Vor uns rechts. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Bis unten, ne? Jo. Bist du oben, ne? Jetzt bin ich oben. Wo bist du? Ach, du bist das, ne? Jetzt ist es immer wieder spannend. Wo die anderen sich verstecken. Ich will mal wissen, wo du hin bist. Ja. Allein. Ich kann natürlich jetzt hinter jeder Ecke was lauern, ne? Ja, jetzt kann man auch hinter jeder Ecke was lauern. Ich hab hier so das offene Meer ein bisschen drüber im Blick. Das lauern hab ich so ein bisschen die Schiffsecken im Blick. Hier ist Steve. Obwohl es ist verdammt dunkel lauern. Ich zeug mal. Ah, oh, ah, oh, oh. Verdammt. Der kommt. Hast du ihn? Na, du musst mich wieder überleben. Hab ich. Wüsste. Hinter dir direkt. Seh dich nicht. Direkt hinter dir. Das war auch nicht hinter dir. Natürlich. Hab dich doch. Danke. Er lebt aber noch. Machen wir Zielübungen drauf. Seh ich schon. Klassiker. Hast du Mediket immer? Ja, warte. Den hab ich nicht gekauft. Hier leg ich's ab. Danke. Bitte. Du brauchst ja ein bisschen mehr, ne? Ich brauch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, Leute, ne? Falls ihr das mal zocken solltet, ne? Bayerteam können wir echt empfehlen. Links höre ich ja. Jo, am Anfang des Schiffs, wo wir gerade hergekommen sind. Da waren gerade die Schüsse. Wollen wir mal gucken. Ich seh da verdammt noch keinen. Jetzt wird's auch langsam dunkel. Dazu ist noch ein bisschen trüb hier alles. Das wird vielleicht wieder, äh, ein Spaß. Bist du? Hier, bei Steve direkt. Mal da. Ich guck mal hier über den Tellerrand. Du musst mich mal ein bisschen zwischen den Containern verstecken hier, weil so offensichtlich wie eben war, eigentlich nicht so schön. Ja, da bist du, ne? Ja, auch jetzt zwischen den Containern hier unten. Ja, genau. Hast du wen? Ne, ich schieße einfach nur, um die anzulocken. Ach, das Gewehr ist jetzt auch alle, kann ich ablegen. Was denn hier versteckt? Hier immer noch bei den Containern, ich schwimme hier mal hin und her. Ach, da. Ja, zwei Stück noch am Leben, ne? Ja. Zwei Gegner jetzt. Oh, ist noch ein bisschen Loot drin. Drückeflasche und Stahlpfeiler. Oh, unten ist richtig dunkel. Ich sehe das Heißschild kommen. Ich sehe es tief noch nicht mal. Ach, bei mir ist tief. Jo. Du bist da am Boot. Ja. Wo sieht man das Heißschild? Wenn die von unten angreifen, ich bin so sichtbar hier oben, ey. Stimmt, voll. Deswegen hänge ich hier. Wow. Auf dich? Jo, hier. Siehst du den? Jo, hab ihn. Wunderbar. Wo bist du denn jetzt? Ach, das bist du, ne? Ja. Sag ich doch, ich bin so sichtbar. Stimmt da noch einer noch nicht? Einer lebt noch. Oh, das ist ein Hai, der schwimmt. Da ist ein Hai. Da oben, jetzt sehe ich ihn. Ich sehe nichts, Alter. Das ist echt... Da hinten ist er. Hinten geradeaus. Südwestlich, 243. Jetzt ist er in einem Hai-Shift drin. Mal gucken, wie lange er überlebt. Ach, wo er da rauskommt, jo. Da kommt schon der Hai. Kommt schon der Hai. Ey. Was soll denn das? Du musst gewinnen. Vielen Dank. Sorry. Vor allem bin ich doch nur Nummer 3, ne? Wegen dir. Und ich habe gewonnen. Euer Papillon. Yes. Hier steht ja schon wieder drunter. Sieger-Team Papillon. Also. Schaltet auch das nächste Mal. Warte, warte, warte. Wir müssen das noch kurz nennen. Du weißt schon, dass du mich zu früh erschossen hast? Ich bin deinen Wegen nur Dritter geworden. Du weißt, was dann demnächst mal vielleicht passiert. Was? Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn wir Smitty hinterrücks ermorden. Oder schaltet einfach ein, wenn ich die nächste Papillon einfach direkt, wenn nur noch drei Übersichtlinien einfach knallert, dann schieße. Ohne Vorwahlung, versteht sich. Das sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht auch erst in der übernächsten. Also bleibt schön dran. Macht's gut. Ciao. Tschüss.